Servus, nächste Programmvorschau am Start. Ihr seht es hier. Jetzt geht man wieder um eine Predigt vom Pastor Jakob Czarnke. Und wenn ich da gemeint habe, ich müsste was dazu sagen oder einblenden, ist aber ganz wenig, habe ich das dann auch getan. Könnt ihr dann anschauen bei VK Bitchute, die sich den Trailer bei Wegnus TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren in die Browserzeile ab damit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.